Howdy, ihr reudigen O'Driscolls und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freut mich, dass ihr mit am Start seid. So, liebe Freunde. Karten auf den Tisch. Jetzt wird gepokert. Gleich kommt Opa. So, hier ist für mich, oder wat? Let's go. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry, I'm left out of some unfinished business at the bar. Desmond Blyde. Good evening. Not to worry. Well, it's about the game, Mr. Callahan. Okay, gentlemen. Let's play. Let's play. Been too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Chip's already stacked up, waiting for you. I like this joint already. Naja. Ubo und ne neun. So, ich geh mit. Da hinten sitzt Mr. Strauss. Desmond Blyde, the hosiery king. I should have brought my other wallet. Not my preferred title, but yes, you should have. So, ich schaue auf Mr. Strauss. Strauss gibt dir das Zeichen zu passen. Okay, das heißt Kopf schütteln. Alles klar. Aber wie kann denn Strauss das von da aus sehen? Da muss er ja irgendwie zwei Asse haben oder so. Wenn Strauss so früh schon den Kopf geschüttelt hat. Mr. Blyde wins with three queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Okay. Likewise, Mr. Blyde. So, what business are you in, Mr. Callahan? Äh, Knopflöcher. Oh, damn, son. Okay, wir gehen mit. So. Strauss, was sagst du? Noch ein Stück höher? Gehen wir mit. Strauss? Ja, okay. Er blufft nur. Alles klar. Gehen wir mit. Hoffentlich kommt jetzt noch eine Dame. Interessant. Hör herr, cowgirls. Huh. Shit. Glück. Ich gucke mal. Oder doch nicht. Du bist fertig? Done. Bust. Oder, du hast etwas anderes zu spielen. Das bedeutet... Ich hörte... Ich hörte, dass es ein paar große Jungs auf diesem Boot gibt. Vielleicht ist das nicht du. Keine offensie. Sit your hillbilly ass down. Why? I gotta watch. Look at you. An expensive one, real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay. I trust you. Now play. As you wish. So, you must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Of course, we've crossed paths. I was fortunate enough to tour a little operation heads up in New Hanover. Zwei Könige, ein Traum. Wird's gemerkt, durch die Facecam seht ihr natürlich oben die Karten nicht. So. Don't worry, Sir. Everyone is the author of his own good fortune. Straussie, boy. Ja, alles klar. All in. Oh Gott. Ja, wenn noch ein König kommt. Ah. Ah. Ach. Eine Straße, okay. Oder? Äh. Äh, aber was hatte ich denn? Er hatte zwei... ...Bugen oder was? Äh, äh, ich starte last week. Gut. Sure. Perhaps you could have called us up to the office. Yes, of course, Sir. Danke, Sir. Danke, Sir. Danke, Sir. Mm-hmm. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a Greaser a job. Wie bitte? We live in strange times. Personally, I wouldn't trust one with a gun, but... ...I've got my own little law-giver right here. Very good. Next, we'll be hiring Negroes. Yeah, I know. I know. Oh boy. Provozier mich ruhig weiter. I think you're going to like this watch, Sir. I saw it earlier, and it really is a handsome piece. Foreign made, but you can't have everything. Indeed. Well, here we are. Boom, 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 boom. Just give me one second, Sir. Of course, take your time. Don't reach back gun. Take his gun, Arthur. Mm-hmm. Gib mal her, Junge. Verzieh dich. So, was haben wir denn hier? Oh, damn it! Ich wollte ihm erst mal die Waffe aus der Hand schießen. Mann. Du kleiner Limmel. Also nochmal. Ich versuch's nochmal, Freunde. Idiot, huh? Lol. Ich hab doch... Ja, vielleicht geht's auch nicht, Freunde. Mm-hmm. Nice. Get out of here, come on. Let's go meet the others. Get out of here, man. Okay. We've only got a few minutes to get out of here. If we're lucky. Was that a gunshot? Uh-uh. Uh-uh. Come on. And... We could probably involve us dressing up as dancing girls. Can-canning off the side. Nice uniform, by the way. Thanks. Give anyone a job these days. Anyway, we shouldn't give ourselves away until we know we need to. Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, Senor! Können uns da bestimmt irgendwie rausreden. Was ist denn hier los? Falsch spielen? Wer? There he is. Now, don't be a sore loser, friend. There's something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is. Shoot that man. Come on, Arthur. We gotta get out of here. Oh. We gotta get out of here. Zack. Zack. Boom. 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 You're gonna die. Boom. 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 Scheiße. Tisch getroffen. Zack. 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 Boom. 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 Au. Wee. Wee. Lay the same. Ho. Guys. Unit. Hi. Wo waren wir denn jetzt? War das nicht gerade das Schiff? Egal. Und dieses Schiff ist wahrscheinlich wert. Es ist ein Schiff, ein Reutlinger oder etwas. Ein Schiff. Ja, es ist ein Reutlinger, alles gut. Wir geben es zurück. All right, komm, wir raus. 750, das ist mein Anteil. Na gut, na gut. All right. Dann lass mal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben hier Sadie, wir haben hier noch ein Kopfgeld. Hier haben wir noch was. Jimboy. Callaway. Du hast alle Revolverhelden aufgesucht. Begib dich mit deinen Ergebnissen zu Callaway und Levin. Uh, tschüss. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal, oder? Ab nach Valentine, ins schöne Valentine. Warte mal, da war irgendwas noch auf dem Weg. Das ist fliegender Adler. Ah, okay. Mit ihm muss ich mich treffen, genau. Ähm, würde ich sagen, wir reiten schnell ein Stück raus und reisen nach Valentine. Da predigt jemand. Move! Waren sie das, Lady? Votes für eine Frau. Oh, sie haben wir gesehen auf dem Abend. Sie haben nicht. Aber ich bin nicht frei zu wählen. Sie sagen das? Sie sehen uns in den Augen und sagen, ich bin nicht der Kumpel von jemanden. Howdy. I'm honored to you. It's so unappealing. Unappealing is what I do best. Er ist schon ein bisschen schlagfertig, der Arthur. Out of the way! Out of the way! Der kann nicht nur mit den Muckis, sondern er kann auch austeilen. Und zwar mit dem Mund. Let's go, boy. So. Alright. Howdy, howdy, howdy. How are you, ma'am? Who the hell do you think you are? Howdy. Howdy. Howdy, ma'am. Howdy. 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 Sehr schön. Ehh. Valentine. Howdy. 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 Und da sind wir auch schon, liebe Freunde. Die schöne Valentine. Wie sieht's mit dem Gebäude aus? War das in Valentine? Hier wurde doch links irgendwas gebaut, ne? Ah, gucke an. Aber ich glaube, soweit kenne ich's schon. Oder? So. So. Und da gehen. So. 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 und da. Hu. Ach, nicht die beiden. Howdy. Arthur. Arthur. Arthur could. Easily. You. Maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw and I'll be left standing. The knight and the name. Good. Idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Okay. Okay. Boom. Okay. Dann bist du jetzt dann. Boom. There. I got a proper chin. Not like that toe rag. God. Lord above. Doesn't hurt. Oh God. Hey, 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 hey. Raise here. Oh yeah? Boom. 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 I think he's done for. Barely even felt it. There was only one thing for it, then. Hit me and the man over there. All right, boom! All right. The Arma Lady. Shoot him, please, one of you. There, there, up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam, gentlemen, good luck to you. Whatever got into your heads? Okay. All righty. Density Gunslingers. Pickle Axe. Mmm. Howdy, boy. All righty. All righty. Okay. In Saint-Denis, na gut, dann treffe ich mich aber erst mal mit fliegender Adler. Wow. Sorry, Boss. Was? Howdy, howdy. Hey, I got a face somewhere. Hey, where are you headed, mister? Need you to ride? No thanks. Hey, war hier nicht grad? Egal. Hab ich's mir eingebildet. Komm, Pfeffi, boah. Pfeffi, boah. Kann ich mal das Fernglas. Fals uns hier irgendwas noch schnell über'n Weg springt. Jup. Jup. Howdy, howdy. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Otherwise you'll have to sneak past the guards. Alright. That klingt doch gut. Kinokamera einschalten. Uh, boah. Kleiner hat's mitbekommen. Nice. Hat er gut gesehen. Hat er gut gesehen. Hm. Hm. Und wir sind gleich drin, Freunde. Wir sind gleich drin. Okay. Better get a move on then. Oh, boah. Ich glaube, hier hatte ich mal eine Kutsche geklaut, ne? Für irgendeine Herausforderung. Wir verlassen den Wagen. Ähm. Jetzt würde ich gerne die Kinokamera wieder ausmachen. Okay. Jetzt muss ich wirklich unten durchs Gebäude. Oh, boah. Oh, boah. Ich schau mich ja natürlich rum, Freunde. Ist doch klar. Ähm. Keep your dreams light. Was ist denn das immer für ein gekrakelt in den Schubladen? Okay. 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 Das läuft, Freunde. Das läuft. Weg schön weiter. Weg schön weiter. Geh mal hier lang. Bleib da am Fenster, bitte. Bleib da am Fenster. Okay. 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 Nice, Freunde. Jetzt muss hier nur noch offen sein. Komm mal her. Komm mal her, Junge. Ich geb dir erstmal die Hand zur Begrüßung. Zack. Schnauze. Bin ich wohl. Ich geb dir erstmal das. Man muss das. Ich bekomme das Leland-Oil-Developungs-Filie. Der über das Holz, neben der Wapeji. Ich, ich ... Ich ... Mal zu. Ich bin dazu. Mein Geist ist eine schlechte Dinge, die verlieren. Besonders über so einen schönen Fluss als diesen. Hm? Jetzt hier, jetzt hier. Okay? Zeigen. Dankeschön. Erstmal reingucken. Arthur, erst mal reingucken. All right, boy. Wie sieht das denn aus? Vor ihm jetzt aus dem Fenster klettern oder was? Wee! Easy, boys. Okay. Dammit. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo fall ich denn hier hin? Das war vielleicht ein Ablenkungsmanöver, Junge. Du hast Nerven! Da brauche ich den nächsten Schrittmacher hier. All right. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich. Ja, mach ich. Easy, boy. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich nicht. Well, I don't know what I hope, but who knows, maybe these will be of some use. Here's your money. Thank you. 250 Dollar, 125 Dollar. Na gut, okay. Was können wir noch tun, Freunde? Haben wir das erledigt? Da nix weiter. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Fragezeichen? Da oben habe ich auch noch nicht alles entdeckt. Ja, gerade haben wir wirklich nur noch das hier. Mit Jimboy Calloway. Deswegen würde ich sagen, wir reiten wieder fix nach Saint Denis. Ach ne, Sadie haben wir auch noch. Sadie! Sadie! Schnellreise! Saint Denis! Sooo, Saint Denis! Da flackert es schon wieder. Schön. Wenn sich das Licht so spiegelt auf den nassen Straßen. Das ist einfach ein Traum. Was machst du? So wir müssen dahin. Was ist denn hier los? Die Bengelbande! Was ist los? Ihr kleinen Scheißer! Lachst du denn die ganze Zeit? Was ist so witzig? Nein. Ah, verdammt! Nicht schon wieder die Bengelbande! Das sind aber keine Bengel hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch keine Kinder erschießen. Na toll! Na toll! Da habe ich ja wieder was geschafft! Traumhaft! Schnell weg! Oh je! Das wird ja wieder was kosten, ey! Bumm! Ach! Hätte ich die bloß in Ruhe gelassen! Und hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder ewig warten! Das kann nämlich sein! Wegen deiner kürzlich begangenen Verbrechen darfst du das nicht machen! So! Jetzt können wir dann die... Dann gehe ich jetzt schnell mein Kopfgeld bezahlen! Hey, move! Habe ich überhaupt Kopfgeld? War da jetzt Kopfgeld? Habe ich gar nicht gesehen! Ich guck mal schnell! Aber Freunde! Wir sind auch schon fast bei 40 Minuten! Jetzt ist es wieder verfügbar! Aber habe ich Kopfgeld? Nope! Warum habe ich kein Kopfgeld? Aber Freunde, wie gesagt, wir sind fast bei 40 Minuten! Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Hoffe ihr hattet Spaß! Und bis morgen zur nächsten Folge! Ciao! Bis zum nächsten Mal!